So farf Einten in 30 Sekunden bereit Ich höre, sie wollen schießen, aber ich seh nicht einen, das ist immer sehr gut Shit Ich kann gut schießen heute Heute ist ein guter Schusstag Das ist ein Titan, der stinkt Der muss weg Rucki zucki Bis zum gewissen Punkt Wir liegen vorne, indem wir Gleichstand haben, das ist gut Die machen da gleich ein Fass auf, nur weil sie einmal mit den Punkten vorne liegen Und dann gibt's wieder Backup Ja, hallo Ja, klar Würde ich auch so machen Nein, legen wir uns an zu, zeig dir auf der IMC Alter Au Das merk ich mir, da schießt er noch auf mich Ach, schieß doch mal zurück Alter, ja, die Smart Pistol ist, ist echt schon heftig Wurde auch gerade mit der ordentlich gemolchelt Alter, schade Ich dachte, er sieht mir nicht so ganz Ich dachte, er sieht mir nicht so ganz Naja, gut, ist zu offensichtlich manchmal Läuft nicht gut für mich Ähm, bis zu dem Moment, wo ein feindlicher Titan vor mir stand, lief alles ganz gut Dann ging's back up Ja, so ungefähr Also ich brenne ein bisschen Definiere ein bisschen Ist das ein halbes Inferno oder eher Apokalypse? Mittlerweile sehe ich es nicht mehr Okay Apokalypse Ich versuche irgendwie immer noch so ein bisschen so auf die Dächer zu kommen oder so Ich finde nicht mal ein dafür geeignetes Dach Das sind die Verbündeten, auf die nicht schießen Shit Dachte ich würde ihn erwischen Ich seh dich Das ist gut Ich habe bis eben noch einen Gegner gesehen, der da auch gerade auf mich zu rennt Shit Äh, hat einer mich von woanders mit weggenommen Ich hasse es Die werden frech, die schießen doch vorhin Jaa Wenn das jeder machen würde, du Dann würde das jeder machen Stell dir das mal vor Ja Guck mal diese Hampe mehr hier Hupf Hauptsache erstmal auf unsere Zeit schießen Klar, das macht ja zum Glück kein Friendly Fire Ich wollte eigentlich nicht hier rein, aber ist okay Vielleicht sieht man mich hier so weniger Ich wurde mit einer Schrotflinte im Titan weggeholt, das ist hart Jaa Es gibt Titans, die laufen mit einer Schrotflinte rum Ja, ich wurde aber von einem normalen Typen weggeholt Im Titan Das ist natürlich schon heftig Jaa Sollte wie mehr als schlecht Jaa Ich werde hier beballert, ich finde das nicht gut Ich werde hier beballert, ich finde das nicht gut Wo rennt der denn hin? Ich habe ihn doch gerade noch gesehen Na wenigstens hast du jemanden gesehen, ich sehe hier größtenteils nur Verbündete Das ist ja an sich nicht schlecht Was sagst du? Bringt's wohl bei dem ganzen Spiel nichts? Bringt's wohl bei dem ganzen Spiel nichts? Bot-Kills in Massen Wir sind noch besser als vorher Gute Arbeit Leute Jetzt nur nicht nachlassen Uh Rucksackladung, jetzt geht's los Shit Shit Geht doch, meine Güte Nämlich dreimal vorbeigeschossen habe oder sowas Ja, so und nicht anders Würde ich denn bitte sterben? Oh schade, den letzten Bot habe ich nicht mehr gekriegt Von, keine Ahnung, drei oder vier Alle im Nahkampf Hilfe Sie schießen um mich Dann schieß zurück Das ist ein gutes Recht Das ist ein gutes Recht Theoretisch? Nicht nur theoretisch Oder ich mache es einfach und sterbe So Die Mission ist bald zu Ende Die IMC liegt nicht weit zurück Wir müssen vorne bleiben Um diesen Kampf beenden Die Bots sind auch teilweise dumm Nukleausstieg Alles klar Wurdest du auch mal davon erwischt, ja? Ja Ist ein Traum, oder? Fast Ich war schneller, Panda Na, keine bösen Wörter Das war kein böses Wort Nur jemand als Panda bezeichnet ist Das ist vollkommen legitim Das kann schon mal passieren Meine Güte Ja, Sieg Sieg! Sieg! Gewinnt! Und Stufe 4 Mensch, das geht ja ab wie ein Zäpfchen hier rein Das geht richtig ab wie ein Zäpfchen, du Geht geschmeidig über... Naja Ha! Hab ich den erwischt? Ich glaube nicht Schade Ja, ich bin tot Sweeney tot? Ja Dafür gucke ich dir jetzt zu So Das kannst du doch nicht tun Das ist doch Vermuxes Gameplay, was du hier siehst Finde ich beobachtet Bisschen? Das war fast Treffer War nur fast Okay, hat der Dimi Dimi Dingens da erwischt Ist okay Ja, es hat kaputt Versucht da einer im Titan zu entkommen? Möglich Kann man ja mal machen Kann man machen Und hier springst du Ende Hey, irgendwas hab ich getan Läuft bei dir Dafür noch nie gespielt, ne? Zehn Kills ist okay So viel hab ich mal der besten Zeitliche gekriegt Muss ich nur wieder dran gewöhnen Ja Wenn ich mal wieder Ein Online-Shooter spiele Etwas intensiver Damit hast du ja schon so Ultra verkacke in Spielen Wie Overwatch Die Runde war lustig im Stream Ja, lustig für die Zuschauer Und vielleicht für die anderen Mitspieler Für mich war es so Oh mein Gott, ich treff es nicht Ich treff es nicht Zum Glück ist Wechsel auch nicht da Oh ja, oh ja Oh ja So, nächster begehende 15 Sekunden Yay Man kann ja bei dir wirklich vom Ersteindruck reden von Titanfall Wie ist es so? Gar nicht schlecht Scheiße, wa? Ich hab äh Weniger erwartet Und wenn du dir jetzt noch vorstellst Es gibt auch noch zahlreiche andere Modi Machen wir mal nach der anderen Nach dieser Map machen wir mal einen anderen Modi Mal gucken wir mal Ähm, da gibt es halt auch noch so die typischen Ähm Na sag schon Äh, die typischen Capture the Flag-Dinger Und auch Hol dir einen Punkt und nimm ihn Und halt ihn Kennt man ja Ja, diesen Erhobungsmotor Genau Na sowas gibt es halt auch Und halt noch diverse anderen Modi Es gibt halt auch Modi Da sozusagen nur mit Titans rumlaufen Und Last Man Standing sozusagen Was auch ganz interessant ist Weintlicher Pilot Ich seh keinen Ich auch nicht Die sehen wieder mehr Leute als ich Jaja Das ist gut Ach ne Moment, du bist in meinem Team Nein, das ist nicht gut Ich hab tatsächlich Weniger erwartet als das Spiel rauskam Und äh Ja Macht Spaß Auf jeden Fall Oh ja, das ist definitiv Und das Das ist glaube ich auch so einer der Gründe Warum das Spiel überhaupt bei mir Einigermaßen gut angekommen ist Weil es macht tatsächlich Spaß Und später Haben es halt Spiele wie Call of Duty Halt auch noch einigermaßen übernommen Halt ohne Titans Aber halt auch so dass halt Mit Wandläufen und alles dann Darum hantierst Das stimmt Und das halt nur weil Titanfall wieder so ein bisschen Frischen Wind reingebracht hat Wahrscheinlich war bei Titanfall 1 auch einfach Das Problem, dass wirklich der Singleplayer fehlte Ja Aber ne Dann hast du ja jetzt heutzutage So Spiele wie Overwatch Das boomt wie sonst was Und dann weckert keiner Sau darüber Dass es kein Singleplayer gibt Sondern es läuft wie geschnitten Brot Sozusagen Ich glaube auch fast dass es einfach nur An Blizzard liegt Dass das so läuft Das kann ich mir gut vorstellen Das war knapp Ja ich habe gesehen Wo wurde es verfolgt Gegner auf 3.50 Uhr Auf 3.50 Uhr Auf 3.50 Uhr Auf 3.50 Ich laufe hier gerade so ein bisschen mit der Schrotflinte rum Schrotflinte ist ja Weniger Zielen Einfach ballern Da muss man nur halb treffen Ja Die Hälfte der Ladung trifft schon irgendwie Ist halt so mit Schrotflinten Wow da gehts ganz schön tief runter Dann fällt der ablässs nicht runter Ja Habe ich versucht Und gerade so hingekriegt Yay Titanfall bereit Ja Die Garte ist zwar ein bisschen eng aber Einfach Platz machen Ja wird schon Ich geh da jetzt durch Wir liegen nur ganz knapp vor der Eiflung Wir liegen nur ganz knapp vor der Eiflung Laut Kampfprognose wird es extrem eng Ach Ruhe halten da Die Bots sind aber auch gerade echt netzend Trifft sich Leute hier mit so einem scheiß Raketenwerfer Damit ich als Titan auch ja nicht irgendwo durchkomme Das macht ja sonst Spaß Ja ja Oh shit Da außen halten Yay Rodeo Pilot ausgeschaltet Wie auch immer Aber ich hab's getan Hilfe Ja ich bin dabei Ich hab ihn Er ist down Er ist down Wohl Aufschlangen Die Bots haben mich alle im Target hier Nicht mehr Okay Hast du gut gemacht Vielleicht gleich am Ende irgendwie 800 Bond-Kills, aber so nicht einen Ja, ich seh das schon Ist bei mir dann wahrscheinlich nicht anders Fußvolk Ha Ich hab einen Das ist eine gute Idee Draufgetreten Ich mach auch noch eine Herausforderung, das wird ja immer besser hier Ja ja Titan kommt Titan, ja Will aber nicht Ist meiner Ich lauf drüber So geht's natürlich auch Nein Hinter dir läuft ein normaler Mensch Was? Gibt ja auch Menschen? Wo ist der Penner? Wir bauen unseren Vorsprung auf die IMC aus, großartige Arbeit Lost in Space Na dann Shit Gut, dass du riesengroß bist auf der Karte Ich bin nicht riesengroß, nein nein Vielleicht ein bisschen Ah, lauf nicht im Cube Ach, ich glaub das macht gar keinen Schaden Wat? Wieso Ach Ja Kam er direkt auf dich zu, das ist natürlich super Ja Ja, ist ja gut Bist ein toller Beppo Hier, kriegst deine Munition zurück Ich glaub ich muss jetzt doch mal meinen Titan rufen, weil irgendwie... Ja Meiner ist hinüber Ja Und ich auch Weil er mich beim Ausstieg getötet hat Das ist natürlich auch schon eine Form von Skill Das ist natürlich auch schon eine Form von Skill Das ist natürlich auch schon eine Form von Skill Das ist natürlich auch eine Form von Skill